Alone... ...the heart is made of stone... Nee, 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 warte! Wir sind in der neuen Zeit! Jetzt! Jetzt! Oh Gott! Hab ich grad die Textur aus dem... Kannst du den Magazin rausnehmen? Da ist ein SUV! Kann ich nicht mehr! Nein, nicht wegfahren! Warte mal, bist du jetzt grad durch dieses Auto durchgefahren? Ja! Du bist durch... Oh, der hat ein Kanönchen! Jetzt müssen wir uns aufheben, ne? Ich hab mir wehgetan, als ich in das Auto reingefahren bin! Oh... Alter, hast du mir grad... einen... Herzinfarkt! Gegeben! Ah, nichts! Schön! Boah, das ist mein Lieblingshafe! Was, ne M14? Ja? Ne, ne, M14! M... 14 M! M14? M14! M14! Willst du sowas... Okay, sorry! Das war jetzt aber scheiße, du! Haben wir sowas wie... Wie, äh... Ja, natürlich! Oh, guck mal! Unser Lieblingsauto! Das kennt man auch aus alten Zeiten! Da kommt da dieser geile Sound wieder durch! Wie die Russen fahren und wie die normalen Deutschen fahren! Oh, Mann, ey! Kannst du dich mal zu mir gucken, bitte? Oh, ja, Mann! Du hast eine wunderschöne Nicht-Brille auf! Dankeschön! Habe ich denn auf? Warte ich mal! Kann ich ja sogar noch... Ich weiß nicht, wie wir spielen, weil der fasst sicher nicht ständig ins Gesicht beim Autofahren, ne? Ja, ja! Achso, äh, ja, hier! Bist du angemalt! Howdy Cowboys! Gibt es hier auch Munitions... Äh, Munitions... Warte, fuck! Äh, Missions... Fick! Na, mit der sexy Bitch, oder wie das hieß! Ja, genau! Die... 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 Ich weiß nicht, boah, kannst du mal losfallen! Das gibt mir echt auf den Sack, dieses... Ja, los! Ich fahre irgendwo hin und du suchst was auf der Map! Ich finde hier nichts an Mission! Das ist aber scheiße! Was macht man denn dann jetzt hier? Andere Menschen töten vielleicht! Stress anfangen wahrscheinlich! Los, wir fangen Stress an! Das Auto ist so laut, dass die Vision bliegt, dagegen echt leise ist! Und da machten sich die zwei auf den Weg und fingen Stress mit anderen Leuten an! Oh, was ist denn das? Ein Schild! Das ist ein schönes Schild, Neo! Das ist ein... Das ist eine Rotor! Das stelle ich mir auch mal in meinen Garten als Schild! Das ist kein Rotor, Alter! Das ist... Das ist ein Rotor! Das ist kein Rotor! Ups! Ohohohoho! Hab ich dich jetzt getroffen? Hör auf! Bitte! Einfach auf! Nein! Warte kurz! Es lädt nach! Du kannst doch nicht... Hahahaha! 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 So, Cabanino, da bist du nämlich! Vergif, ich vergib dir mal! Ah! Ausnahmsweise! Da wo die brennende... Brennende Rauchwolke ist! Ach da! Boah, das ist Feuer hoch, Alter! Seht man ja alles! Seht man ja alles! Das hier ist ja wie so ein Leuchtturm! Leuchtturm! Kennst du Leuchtturm? Leuchtturm! Leuchtturm! Ja, mit 8 T's und 3 F's! Aber die hört man nicht! Die sind am Ende, oder? Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau! Ich hatte schon Angst, dass ich jetzt nicht wusste, wo... Dann so ein Grundrauschen! Was ist denn er hier? Boah, das ist doch mein Auto! Du setzt dich bitte ans Geschütz! Dankeschön! Okay! Oh ne, nicht schießen! Noch nicht! Da kann man arbeiten! Ja! 50 Kaliber! Das geht ab! Ich schätz mal, dass es ein 50 Kaliber ist! Ich weiß es nicht! Ich weiß nicht mal, wo wir hinfahren! Ich fahr einfach! Ich hab grad Rehe getötet im Wald, ne? Alter, ich hab grad da gelesen, Ascha wurde getötet! Aber es heißt User! Oh, bei mir gibt's Essen! Ascha! Ascha! Warte mal! Kann mich kurz irgendwo anparken? Ascha! Okay, da kann ich das Ding in die Luft tragen! Okay, ich kann mich nicht umdrehen soweit! Äh, have fun! Ich hoffe, du kannst noch dran zielen! Ich bin gleich wieder da! Viel Spaß! Äh, beschütze uns! Dankeschön! Nein! Ach, stimmt! Wollen wir mal reingucken, was da drin ist, ne? Ja, freilä! Machen wir das Ding mal auf und dann klotzen wir rein! Das ist da so... Oh! Du Opfer! Wann gehst du essen, wenn ich eine SFVD finde? So! Mhm! Mit dem hässlichsten Visier der Welt, aber... Aber... Immerhin! Ich hätte den Truck auch noch looten können, aber das... Das... Irgendwie nicht! Du ist nix geworden, ne? Angst! Ich hab einfach nur Angst! In der Ferne ist so ne schwule Burg am Start! Was auch immer das ist! Und der Con fliegt nochmal in die Luft! Oh, ein Jet! Oh! Ey Neo! Du hast doch jetzt nicht wirklich grad auf den Jet geschossen, oder? Oh! Scheiße! Äh... Der Weg soll jetzt nicht wenigstens mal auf den Beifahrersitz setzen können, ja? Damit ich nicht so weit laufen muss! Und du hättest lieber mal am Geschütz bleiben sollen und diesen beschissenen Truck abschießen, du Trottel! Oh! Oh! Oh, oh, oh! Ich bin tot! Was? Du hastutoot!? Uff, ey less de poils! Sekunde raus. Sag ich auch. Du Homo. Scheiße. Komarobo, oder was? Ja, das war das Einzige. Auf nach Komarobo. Jetzt hab ich versucht zu... Kennst du dieses Gefühl, wenn du röpsen willst, aber es nicht geht? Nein. Röpsen ausgesprochen sind. Okay, ich nicht. Merk das schon. Soll ich dir mal was Witziges erzählen, was wieder interessant werden könnte? Ja. Oh, da war er. Das ist aber nicht das Interessante. War aber schon gut, doch. Hab grad in der Werbung gesehen. Wenn wir Pizza essen, dann sitzen wir in der Stube. Boah, jetzt muss ich die ganze Zeit aufstoßen. Okay. Hab ich in der Werbung gesehen. Es kommt bald eine Serie. Fear the Walking Dead. Also, fürchte the Walking Dead. Das ist die Vorgeschichte von The Walking Dead. Nein. Wie es ausgebrochen ist. Ist ja durch, Alter. Wo bist denn du? An den Bahnschinen? Ich stehe rum. Ich muss kurz was machen. Ich bin sofort wieder da. Also, ich bin da, aber. Oh Gott, Neo. Aber da kommt grad ein Panzer auf dich zu. Hey, wo ist das? Steig ein jetzt. Mann, du faszinierst du denn? Steig ein, schnell. Ich find den Einsteiger nicht. Passagier. Gut. Du, hinter uns ist nochmal so'n Ding, wie wir haben. Der schießt jetzt grad auf uns. Weiß nicht warum. Der gehört zu uns. Oh Gott, weg. Schnell, Schlag ein, Schlag ein. Der rammt uns. Der rammt uns. Wuhu, juhu, juhu. Oh, jetzt. Schieß ihn ab. Schieß ihn ab. Er ist vor uns. Er ist vor uns. Er ist vor uns. Jawoll. Fick ihn. Ziele. Bamm, 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 bamm. Der mic glitched out. Ja, der, der kann, glaub ich, besser schießen als du, oder? Hab ich irgendwie das Gefühl. Aber der, der fährt bestimmt nicht mehr. Dafür kommt er uns aber noch sehr gut hinterher, du. Nee, der hämst du da dran. Ist ja, der gehört zu uns. Der fährt nicht mehr. Alter, bei uns ist alles rot. Fällt mir grad mal so auf. Boah, Tim ist ja richtig freundlich, Alter. Wieso, was hat er gesagt? Halt die Schnauze. Zu dem kleinen Junge. In Deutsch? Ja. Der andere hat zumindest immer den Kopf zu. Das schießt er wohl richtig hässlich. Ich werde ihn in eine andere Waffe nehmen. Ja. M. Jawoll. 40. Die Explosion, Alter. Ja, das ist aber was, ey. Ist ja noch schlimmer. Oh, guck mal, da vorne. Hab ich grad die Texte. Das war ein feindlicher Panzer. Oh, shit. Ey, guck mal, da vorne. Scheiße, was wollen wir denn jetzt? Das, meine Freunde, werdet ihr wohl erst in der nächsten epischen Arma 2 bei Wasteland voll gesehen. Kommt, die interessanten Autos. Bis zum nächsten Mal.